So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Eben kam die Kochbox an, für diese Woche war echt viel drin. Aber wie auch immer, hier sind Gutscheincodes auf der Rückseite. Und zwar dreimal den Gutschein, dass ich euch, beziehungsweise an meine Freundinnen, die erste Box gratis schenken kann. Also ich würde mal sagen, Leute, wenn ihr Bock auf eine HelloFresh-Gratis-Box habt, ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle, was das ist. Ich habe es ja in den Daily Vlogs ausführlich erörtert. Wenn ihr also Bock auf eine Gratis-Box habt, dann lasst es euch wissen, dann würde ich euch den Gutscheincode oder einen Gutscheincode zuschicken. Und ja, ansonsten werde ich jetzt noch meine Schulaufgaben machen. Um 13.45 Uhr habe ich Essen bestellt. Und zwar Nudeln, weil wir haben hier so Nudeln-Laden bei uns, die einfach so essen. Das ist mega geil, Leute. Ich kann euch das mal zeigen. Und das kommt dann auch noch. Und ja. Und das ist mega geil, Leute. 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 Vielen Dank.